Servus, ich bin's der Thomas. Ich arbeite hier in der Teilefertigung des Getriebewerks in Magdoberhof. Und das hier ist der Lame Endreger für den 20.000 Pfennschlepper dieses Jahres. Dieser wird später in das Variangetriebe des Pfenn 700 eingebaut. Los geht's! Servus, ich bin's der Kimmel. Hier am Getriebehauptamt wird das Getriebe gefertigt. Ich werde gleich das Vario-Getriebe für den 20.000 Pfennschlepper im Jahre 2022 in das Gehäuse einbauen. Das Herzstück eines jeden Pfennschleppers. Hi, mein Name ist Stefan. Das Vario-Getriebe ist jetzt fertig. An dieser Station beginnt die Montage des 20.000 Schleppers dieses Jahres. Neben dem Hauptband finden weitere Vorarbeiten statt. Die Teile werden von unserer Logistik ans Hauptband geliefert. Servus, ich bin der Gerhard Klacke. Ich mache hier den Qualitätscheck beim 700er Vario, unserem 20.000 Schlepper. Bevor die Kabine hier verbaut wird, wird sie produziert in Bäumenheim. Und da schauen wir jetzt mal hin. Mein Name ist Matthias Michalka. Ich arbeite im Fendtwerk in Asbach-Bäumenheim. Die 700er Kabine ist fertig und geprüft. Die Kabine geht nach Magdoberdorf und wird anschließend verbaut. Hallo und zurück in Magdoberdorf. Mein Name ist Artur Wachulski. Ich arbeite im Fendt Traktorenwerk. Hier wird jetzt die Kabine aus Asbach-Bäumenheim auf dem Fendt 700er Vario den 20.000 Schlepper in diesem Jahr montiert. Bei uns nennen wir das Hochzeit. Ich bin der Sebastian. Wir sind hier am Lichttunnel, an dem alle Schlepper auf Qualität überprüft werden. Und jetzt wird der Fendt 724 Vario, unser 20.000. Schlepper in 2022, auch nochmal durchgecheckt. 20.000 Traktoren in einem Jahr. Das haben wir in der 92-jährigen Fendt-Geschichte bis dato noch nie geschafft. Es macht mich und alle anderen Fendtler extrem stolz, dass wir diesen Kraftakt gerade in diesem wirklich herausfordernden Jahr auch dieses Jahr geschafft haben. Dieser 724 wird dieses Jahr noch ausgeliefert in die Niederlande. Da gibt es schon einen Händler, der mit Sicherheit sehnsüchtig auf diesen Traktor wartet und wahrscheinlich ihn auch noch dieses Jahr an einen niederländischen Kunden übergibt. Vielen herzlichen Dank nochmal!